Töte-töte, bringt mir ihr Fleisch. Was riechst du? Menschenfleisch. Irgendwas piept hier. Ja, irgendwie eine Bombe. Ja, der ist von mir, aber ich sind sie jetzt nicht. Aua, aua, aua! Sag mal, spinnst du, du Ulf? Alter! Weißt du, eine Lady, die sich so benimmt, ey? Yes! Michelle Dingens-Star. Du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Oh, ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Ich bin keine Frau, ich habe keine Teile, also habe ich auch keine Blutflecken hier. So. Waffenteile, Waffenteile, Waffenteile. Nehme ich's zurück, liebe Frau und mein Gott. Hier oben gibt's irgendwelche Sachen auch noch zu holen. Ja, Waffenteile. Waffenteile. Erstmal nachladen. Waffenteile, du! Hier was neues. Nehme ich's. Mods 0, Mods 0, Mods 3. Oh. Holovisier. Präzision. Oh, ein Holovisier. Ich male reich heute. Auf jeden Fall. Und ich habe kein Zieloptic, habe ich gekriegt. Nein, warum hat er das... Nicht ablegen, anlegen. Verdammte Kacke hier. Oh, wie kann ich damit zielen? Ach so, das ist... Okay, nicht so wie bei Battlefield. Schade. Was haben wir noch? Ach, guck mal hier. Ein Pistolenholz. Keine Ahnung, was der macht, ob man da die Pistole schneller zieht oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich das, ja. Was ist denn das da noch, diese Zeichen hier? Ach hier, guck mal. Was ist das denn? Höhere Attribute, Pistolenschaden. Ah, Handschuhe geben, Pistolen... Mehr Attribute im Sinne von Schaden. Desto bessere Handschuhe, desto mehr Schaden macht deine Waffe, die du in der Hand hast. Ja. Ah. Macht natürlich Sinn, ne? Wegen mehr Grip an der Waffe. Finde ich geil gemacht. Hier unten blinkt noch was. Lang-Optik-Mod. Äh, brauche ich nicht. So. Geht's weiter? Hier ist noch irgendwas auf der Map. Was Violettes. Das Violettes, bei M. Ja, hier so Standardausstattung. Da kann man Waffenteile finden, jetzt geradeaus zu. Ich hab keine Waffe. Dann haben wir noch Rüstung, Waffenteile, Waffenbehälter. Genau. Ach hier, guck mal. Hier oben das Ding? Ja, es ist ein Grill. Ach so, das ist hier oben drauf. Ah, hier die Kiste. Guck mal. Ja, hier die Kiste, denn hier ist eine Tasche. Genau, Waffenteile. Waffenteile. Ah, so eine Scheißpistole hab ich bekommen. Wow. Ich bin begeistert. Ich hab Reparaturhandschuhe bekommen. Watt. Reparaturhandschuhe? Ja. Boah, ich muss mir mal eine Spritze geben. Aber halt schon mal was Grünes. Ach so. Ich hab schon wieder einen Waffenholz da. Holst du dir oder holst du dir nicht? Ja, wir holen wir es trotzdem. Obwohl es irgendwie ähnlich ist wie das, was ich schon trage. Alter, Tamunia 77, neue Nachrichten. Ja, da hab ich Spaß danach, das durchzulassen. Es vibriert die ganze Zeit. Ich hab nur gedacht, ey. Ich hab ja, glaub ich, übelst ein Problem grad oder so. Hm. Naja. So. So, eine Diskussion am Laufen. Weiter geht's. Denn, was haben wir jetzt noch mit der Map zu tun? Ja, ich guck mal eben. Hier ist noch ein Nebeneinsatz, das ist ein X. Ach so, so ein Stehberort. Hier ist noch ein Nebeneinsatz ganz in der Nähe. Ja, da müssen wir aber komplett einmal außen rumlaufen, ne? Boah, ja, stöhnen noch mehr ins Mikrofon, ey. Private O'Brien. Ja, was wollen wir denn? Wir können hier, wir können hier unten drunter durchgehen. Wollen wir. Waffenteile hab ich hier auch noch irgendwo. Immer noch hier vorne. Immer noch hier oben. Das ist bei dem Grill, ist das da oben. Da sind drei Kisten. Ja, 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 da hab ich ja schon gelootet, aber er sagt mir, ich hab da oben immer noch was. Komischerweise. Ja, ich guck mal, ich guck mal mit mir einmal rein. Was, wo rein? Wie rein? Na, auf dem Map. Wir haben Waffenteile, sagt er mir auch noch, ja. Aua. Aua. Nee, das ist, glaub ich, ist das, glaub ich, war nicht? Boah, der hat wehgetan, ey. Das ist, glaub ich, hier, Simon. Das ist nicht da oben. Das ist hier unten. Das ist unten drunter, ne? Ja. Boah, guck mal, so ein Fuchs. Boah, kann ich den abknallen? Das ist ein Hund. Oh. Jetzt ist er so geil und festgehalten. Weiß nicht. Der hatte, der hatte... Oh, wie süß, Alter. Du hast einen Hund geklärt. Ja, der war mit Virus injiziert, oder? Nee, das ist ein Spürhund. Das kannst du nicht bringen. Ja, ja, ein Spürhund. Ja, ja, komm. Ich habe einen Flamig, doch noch mehr. JTF-Angriff anschließen. Also, ich muss erst mal mit dem Leben. Was losden los. Die Augen hat mir genommen. Ja, das ist das. Da kommt mir, was wir hier rein. Wir sind hinter dir. Ja, kommt da wieder hier. Pam, hin der Fretzer hier. Ah, du bist, du bist schlagen hier. PAM und... Jawoll! Ich hab kein Medikit mehr... AHA! HAHA! 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 Scheiße! HAHA! HAHA! Aua! Ich kann mich nicht mehr heilen, oh... Ich muss mal kurz zum bisschen warten... Na, ist schön heute, ne? So. Hier kann ich wohl noch was looten, ne. Ein Griff, Alter. Haha. Ein Griff. Wieso kommt ohne so geile Sachen irgendwie? Bei mir ist irgendwie gar nix. Weil ich aufnehme. Ich hab irgendwie noch gar nix. Oh, da kommen wieder Leute. Lalalala. Lalalala. Ich muss. Na, Schnucki. Aua. Ich bin tot. Ja, toll. Ja, wir sind schon weiter. Habt uns selber hoch. Ja, ne. Ihr müsst unten weiter gehen. Ich bin tot. Ja, ist doch egal. Ja, ist schon egal. Bist du unten reingelaufen? Wenn ich komm hinter dir. Unten da, beim Auto. Ich hab auch keinen Medikip mehr, die Scheiße. Ja, ja. Rettung naht. Oh. 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 Nicht kitzeln. Oh. Ja, genau da. Oh. Oh, Bruder. Genau da. Ich guck so blöd unter das Auto. Hallo. Ist doch jemand? So. Pekka mal weiter. Ja, warte. Oh. 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 Ja, genau. Genau da. Oh. Haha. Ah. Oh, wie das klingt. So, verfresse hier. Kollege, lässt du dir mal in Ruhe, ey? Ich glaub, ich spinne. Alter, ich hab zwar irgendwie danach die besten Knieschützer oder weiß ich was. Aber irgendwie was für Waffe gibt's nicht. Die fliehen. Hinterher. Bums! Platz für Sekundärwaffe verfügbar. Drücken Sie und öffnen Sie das momentan, meine Sekundärwaffe auszurüsten. Hä? Ja, du kannst jetzt eine dritte Waffe aussuchen. Ach so. Ach, nehmen wir die M. Behinderter. Die M, 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 irgendwas. Der zeigt immer den Waffenpunkt immer nach da oben an. Habe ich jetzt drei? Ich gehe da mal eben gucken. Ich habe jetzt nicht drei. Doch, doch, doch. Ja, aber wie kann ich denn aussehen, dass ich da drei haben kann? Ja, du klickst auf den leeren Platz und willst eine Waffe aussuchen. Ach so, Waffe anlegen. Hier, ah, Fischgeite. Ah, ich habe die Begriffe, yo. Ach, die P416, wie geil. Oh, die habe ich auch geliebt. Ich bin hier oben und ich finde hier oben keine Waffenteile. Nicht? Da ist auch so ein blau, äh, so ein gelben Pfeil, das verstecktes Plünderer erreichen. Oh, ich gehe auf die U-Bahn, ne? Mal, geh doch mal auf die U-Bahn. Wohin geht es? Pick a Dilly Line? Oh, auf die andere Seite, ne? Bist du in die U-Bahn reingegangen? Wir sind in der U-Bahn jetzt. Ja, mal gucken, vielleicht finde ich noch irgendwo was im Müll. Alter, geh doch mal ab. Boah, ich muss ins Mittelpodest, um da rüber zu springen. Halleluja. Oh, ich habe nicht bezahlt. Ist das jetzt illegal? Ist ja eh Kriegszustand. Alter, wie detailliert das Ganze hier ist. Unglaublich. Ja, Roman, ich fahre deine nächste Zug, du. Ich kann das schwierig, ich schalte mal. Ich habe keine Ahnung. Boah, Alter, ich hole mir erstmal eine Cola hier. Oh, lecker. Oh, kommt da was? Hallo. Ich habe Munition verschwendet. Ohne Telefonaufzeichnung, toll. Wo, 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 wo? Wo? Wo denn? Ach, geil. Da. Ach, geil. Kurz Ruhe, bitte, Freunde. Wir hören uns die mal kurz an. Sagst Rachel, deine Nachricht spricht sich nicht von selbst. Hi, Rachel. Will nur mal horchen, ob alles okay ist. Wir haben uns gezofft, klar. Aber ich wollte mal hören, ob es dir gut geht. Das heißt, es wird noch schlimmer, bevor es besser wird und... Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst, aber... Geil. ...bleib von der Nadel weg, okay? Wenn du mit mir reden willst, ruf mich an und ich... Ich bin da, wenn du mich brauchst. Alter, unglaublich, diese Nachrichten, die gehen richtig ins Herz, auch von der Story her. Ich finde das geil, das Spiel. Das ist unglaublich gemacht. Auf jeden Fall. Riccardo, willkommen im Livestream. Alter, ich habe gerade eine blaue M1911 gefunden. Ja. Du auch? Genau. Was ist denn, also eine M4-Polizei-Version, blau? Ne, ich habe eine blaue... Oh, eine blaue M4-Polizei-Version. Ja, und ich habe eine blaue M1911. Also eine Handfeuerwaffe. Vielleicht mal ausrüsten. Waffenslot. Nehmen wir mal den mittleren Teil. Und zwar... Jetzt habe ich eine M4 und eine M4. Ja, ich habe eine M4 und eine M4. Du kannst eine M4 zerlegen. Habt ihr die Kasteel auch schon gemacht? Was? Welche wo denn? Wo denn? Hier, bei mir, hier. Hier hinten, hier. Ja, er kommt nicht runter. Er ist zu blöde. Ganz schön hoch, Tristan. Ja, es ist hoch, ne? Nicht, dass er noch auf Schnauze fällt. Er verstaubt sich, ne? Oh, nö. Dann wäre der Krieg total im Arsch, ne? Ja. Strafvollzugsholster, Alter. Was es nicht alles gibt. Strafvollzugsholster. Warum hat der jetzt nicht die Sachen da dran, ne? Warte mal ran hier. Ja, anlegen. Anlegen. Dann gibst du ja noch einen Wachtermarmelster. Die Scheiße geht wieder weg. Allzweckholster. Ich habe keine Ahnung. Ja, was für ein Holsterpolster, ey. Dann muss ich das von der Waffe erst wegnehmen hier. Waffe, 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 waffe. Was ist denn der jetzt? Besser haut die mehr Schaden raus oder was, die blaue? Was ist die blaue? Ja, weil die besser ist, als die anderen Rollen. Weil nur was im blauen Hintergrund hat. Nein, sind die von Werte her man nicht. Was ist von den Werten? Ja, okay, ich nehme mal grün, dann blau, dann irgendwie noch mit Farbe. Hast du nicht gesehen. Kann ich denn jetzt bei dir? Kann ich nicht. Zwar den Griff dran machen. Oka. Ja. Anlegen. Ah, jetzt ist der Griff dran. Ja, halluja. Boah, und sie verzieht fast gar nicht mehr. Guck mal, wo ist das Vögelchen? Ja, wo ist das? Ich sehe nur Zigarettenstummel. Was hast du denn da für eine Waffe? Die Schrotze? Ja. Ach, wie geil, gehst du? Nanu, fliegende Rehe. Nanu, fliegende Rehe? Heißt die Waffe bei dem Typenhaus. Ja, genau, so Flaschenböden, alles irgendwie, Brille halt. Fliegende Rehe? Nanu. Gut, dann können wir wieder hochgehen hier. Ja, los, weiter. Ja, wie lange haben wir denn noch für die Aufnahme? Keine Ahnung, sonst gibt's halt irgendwie zehn Aufnahmen, ist auch egal. Ja, wir haben noch, wir sind jetzt gerade wieder bald in der neuen Folge. Außer ich sage irgendeine Mist, dann könnt ihr mir den Arsch versohlen. Was ist das für ein Handy hier? Sieht interessant aus. Ein Handy? Find yourself? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Du bist doch eben ein blödes Stück Scheiße, Alter. So eine... Jag dich zum Teufel, du Penner! Weißt du, wegen dir habe ich schon wieder unnötig... Ja, echt mal, und dann... Ich ne Granate und dann zieh ich ab, du Penner! Ein paar sehr nette Leute werden... Ja, ein paar sehr nette Leute, auf die nicht nette als Päger der Penner! Oh, da vorne kommt welche! Ja, das ist nur diese Brian-Mission. Haben wir die nicht eben fertig gehabt? Weiß ich nicht. Private O'Brien? Nein! Ja, ja, die ist hinter uns. Oh, erste Hilfeset, Halleluja! Scheinbar haben wir sie fertig gemacht. Da müsste es andere Gegner gewesen sein, die dazugekommen sind. Ja, ja, das war nur so eine... Da musste ich mit so einem... Ja, hier, mit dem Friebel da vorne müsste ich reden. Oh, meine Nase. Oh, hier habe ich noch was Grünes, was ich aufsammeln kann. Rekrutenrucksack. Oh, nee, das ist eine Wiederholung! Nein, wir haben das nicht fertig gemacht, wir sind weggelaufen. Achso, wir müssen da rein. Achso, jetzt... Boah, Tristan ist jetzt fast erwischt. Ja, aber nur fast. Pam, und weg ist er. Ha? Da oben, 8 Uhr auf dem Dach! Tja, ich habe auch Granaten, du... Ja, ich auch! Hast du auch eine oben raufgeschmissen? Los, zeig dich, du Affe! Oh, zeig dich endlich! Oh, da kommt eine von der Seite, Tristan! Wieso rennen die alle mir vorbei? Wieso wollen die eigentlich immer zu mir? Lol! Ich wollte einen Nahkampf machen. Ey, Bruder, hilf mir! Dann rennt er hier vorbei und geh zu dir. Das nur, weil du so viele Sachen kriegst, wetten? Ja, ja. Ja, ja. Sie haben angefangen! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Das war knapp, leck mir den Arsch! Das versteckt der Plünder ja rein! Boah, Alter, war das wieder... War das wieder kacke hier! Oh, war doch schön! Ha, 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 first kit! Wer ist der Hilfe-Kit? First help kit! Und hier habe ich noch was Blaues. Oh, ne Sicherheitsmaske. Das war schön. Ne moderne Cargo-Jacke. Erweitertes Magazin! Ja, endlich! Kann ich mehr... Boah, du Saftsack, Alter! Ich will auch... Kann ich das für meine Handfeuerwaffen nehmen? Sturmgewehr-Munition. Ne, nur für die beiden. Ne umgebaute SG... SMG 9. B%, bla, 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 bla bla bla... Also, so... Da oben noch irgendwas liegen die, ne? Ne... Lass'n weiter gehen. Hier durch! Ne, dort war ich schon. Ich habe nichts gesehen. Turmgewehr-Munition. Musik Bis zum nächsten Mal.